Chat, was ich machen wollte ist, was ich bei XQC gesehen habe, ähm, viewer questions. Und ich frag mich halt, wie alt ihr seid, gender, bla bla bla, wo ihr herkommt, äh, dann muss ich das ausstellen, weil das ja retarded ist, nicht das, goddammit. Okay, Chat, okay, fangen wir mit der ersten Frage an, man. Nein, 80% ist, äh, 13 bis 16, äh, 20% ist 16 bis 18, 18 bis 21 ist 11%, 11% ist wieder über 21. Die, jetzt frag ich mich jetzt, wie alt sind die Leute über 21, 22, 29, 50, also man, okay. Chat, next fucking question, äh, Geschlecht. Ey, welches Geschlecht, wie Geschlecht wollt ich schreiben, welches Geschlecht? Erstmal gibt es M für männlich, W für weiblich und, äh, others für andere Sachen. Ich weiß gar nicht, wie, wie hart ist, äh, Twitch weiblich dominierend? Eigentlich wenig, oder? Äh, ey, das ist fast 50-50 gewesen, okay, okay, okay. Ich hab ne höhere weibliche Anzahl gedacht. Chat ethnicity, ethnicity. Okay, was nehmen wir alles? Asians, Caucasians, Black, Hispanic, hab ich irgendwas vergessen? Hab ich irgendwas vergessen, Chat? Hab ich irgendwas vergessen? Irgendwas vergessen, Latino. Ah ja. Ich hab jetzt Asians, Caucasians, Black, Hispanic und Latino. Hispanic ist Latino. Again, neu, scheiß drauf. Ich mach beides. Ich mach nicht nur neue Dings da. Das hat mich jetzt nicht gewundert. Wie ist es in Deutschland? Interesting, dass es so viele Asians hier sind. 85 Prozent, 40 Prozent, 4 Prozent, äh, 4 Prozent. Wait, die Prozentzahlen sind falsch. Andersrum, du Trottel. Was? Okay, sorry, sorry. Sorry, Mom, Dad. Äh, please stop hurting me. Ey, dass wir so viele Asians hier sind. Asians ziehen Asians an. Das war immer so. Welcher Teil Deutschlands kommt ihr her? Okay, sagen wir, Chat, wenn ihr aus der Österreich oder Schweiz kommt, nehmt einfach fucking, äh, Süd, okay? Ah, ich bin ziemlich mittig, fuck. Ich hab Mitte vergessen. Warte, wo ist Hessen? I'm fucking sorry, dude. Weiß ich auch nicht. Okay, ihr Größteil Süd, what the fuck? Chat, jetzt interessiert es mich echt. Woher kommt ihr? Vor allem die Leute halt, die aus Süden kommen. Woher kommt ihr? Fuck, Österreich, Nordhessen, Bayern. Wait, so viele Leute aus Österreich? 21% Nord und 16% Ost. Bayern, top tier Bundesland. Nee, nee. Nee, no front gegen Bayern, aber Bayern, nicht so. Bayern gehört nicht zu Deutschland, true. Ich akzeptiere sogar Österreich und Schweiz mehr als Deutschland als Bayern. Vielleicht liegt es auch nur an München. Ah, ich weiß nicht. Let's see. Okay, äh, Serie, sorry, jeder in München wohnt. Das war ein Joke. Äh, Religious, ja, nein. Aber die Leute, die jetzt religiös seid, seid ihr hart religiös, orthodox mäßig? Ich glaub, dann würdet ihr eigentlich gar nicht auf Twitch rumhängen. Ich glaub, dann seid ihr ja nur ein bisschen chilliger religiös. Also, ja, Earth is flat, shut up. Okay, okay, Zeuge, EU, was? Null. Sexual Orientation. Was gibt's da alles? Hetero, Homo, LGBTQA, okay, wait. Chat, das Ding ist, man kann nur 5 Sachen nehmen als Pool maximal. Das ist halt ein bisschen tricky. Und 80% hetero, 20% others, ah, ja, ja, 10% LGBTQA. Warum hab ich jetzt others und LGBTQA? Wie groß bist du? Oh man, jetzt kommt fucking small chat. Ich seh's kaum. Mehr als fucking 2 Meter oder 1,50. 1,40 bis 1,50. 1,50 bis 1,60. 1,70 bis 1,80? Wait, 1,80. 1,80 plus. Okay, Riese. Okay, 1,80 plus. Fucking hör auf zu lügen. Glaub ich nicht. Chat, hab ich da was vergessen? Oh, ich hab 1,60 zu 1,70 vergessen. Ah, fuck die. Die existieren nicht. Ah, fuck that. Shit. Okay, Chat, äh, scheiß drauf. Ach, ich stell's nicht nochmal. Warum seid ihr so klein? Ach ja, Chat ist jung. Ah ja, voll vergessen. Ich könnte es nochmal, ich könnte es normal machen. Aber scheiß drauf. Ich lebe damit, dass Chat kleiner ist als ich. 40% von euch sind kleiner als ich. Wie groß bin ich? Chat, ich bin 1 fucking 71. 72. Guckst du Anime? Ich glaub, die Hälfte sagt ja. Es gibt echt Leute, die Novo wählen. Was? Warum Sexual Orientation nochmal richtig? Wer hat das grad gemacht? Ich konnte mir diese Datei... Ich konnte die Dings da nicht ansehen. Welcher Mod war das? Wer hat Gott feuert? Ich weiß nicht, wer von euch jetzt alles Anime guckt. Schau what an? Dude, what the fuck? Lieblings Game. Game Genre. Das kann ich fragen. Was gibt's da alles? FPS? RPGs? RTS? Bin grad irgendwie stupid. Was gibt's denn noch? Jump'n'Run. Ah ja, ah ja. Jump'n'Run, Jump'n'Run. Survival. Obwohl Survival gar nicht ein Dings da ist. Survival nehm ich raus. MMOs. Hab ich ja gegessen. Chat, das sind unter... What the fuck? Story ist kein Genre. Story ist kein Genre, Chat. Keiner mag RTS-Games? Habt ihr noch nie StarCraft gespielt? WarCraft? Äh, okay. Interesting. Zoomers. Chat, fucking Zoomers. 31% RPGs. MMOs. 5% Jump'n'Run. Okay. Äh, next fucking question. Äh, WeirdChamp question. Ich hab alles von XQC-Chat. WeirdChamp mich nicht. Äh, das ist nicht meine Frage. Na, dafür die Richtlinie. Virgin. Fragezeichen. Bist du ein... Vegan... Virgin. Wait, ist Virgin jetzt? Goddammit. Virgin. Chat, XQC ist der... XQC ist der WeirdChamp, nicht ich? Surprise Outcome. Ey, Chat, wir sind besser als XQC's, Chat. Nichts, das an Virgin schlecht sein soll. Äh, ich meine nur. Wir sind mehr Chat als XQC's, Chat. Eigentlich wundert's mich nicht, wenn die meisten sehr jung sind. Also, das ist alles normal. Brillenträger. Ja. Nein. Deko-Brille. Bei vier Mann ist eine Brille eine Arbeitskette. Wait, for real? Ich hab noch nie jemand bei vier Mann gesehen, der keine Brille trägt. Vier Mann Mitarbeiter. Die tragen alle eine echte Brille. Wait, die tragen alle echt eine Brille. What the fuck? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man. Leute, mein H&M klagen auch drei... Shut up. Eigentlich hätte die Frage viel früher kommen sollen. Profession. Schüler. Azubi. Selbstständig. Arbeiter. Student. Naja, eigentlich könnte ich statt selbstständig Arbeiter wegnehmen. Aber es interessiert mich eigentlich. Das ist sowas, was mich wirklich interessiert. Rentner. Shut up. For real? Wer ist selbstständig im Chat? Der Drogendealer als selbstständig? Ja. Wenn Drogendealer in deiner fucking Haupteinnahme ist. Yeah. Nimm mich an. Was ist mit Arbeitslosen? Ha. Ich nimm mich als selbstständig. Okay. Arbeitslose sind sowas wie Selbstständige. Selbstständige ist ein kleiner Upgrade von Arbeitslose. To be honest. Bin ich ehrlich. Ist genau dasselbe. Habt ihr irgendwelche Fragen noch? Interessiert ihr euch selber? Was, was, wie ihr euch seid? Single oder vergeben? Oh mein Gott, wir spielen jetzt richtig Parship. Chat, wenn ihr euch, wenn ihr fucking weirdchamp flirtet im Chat, ihr seid gebannt. Wait, taken. So macht man das. Hey Chat, 20-Tag is over. Ich schütte gar kein Salz hier. Es ist fucking over. Interesting. Interesting. 12 Leute taken. Gibt es irgendein Pärchen, was hier gerade im Stream zuguckt? Gibt es irgendein Pärchen? Als ob hier irgendein Pärchen hier zum Chat ist. What the fuck? Meine Freunde sitzen neben ihr, wenn das zählt. Guckt sie zu, ist die Frage. Sie ist zwar neben dir, aber guckt sie zu. Guckt sie gerade den Stream. Wenn nicht, dann zählt das nicht. Hört zu. Grüße an ihr. Grüße an Josi. Josi ist Josi. Ich habe keine Ahnung, wie dein Name ausgeschrieben wird. Josi Liken. Liken? Ist Freundin? Fucking what up? What up, dude? What up? Wait. True Wager Browser. Ey Mozilla, ich bin ehrlich, ich benutze Chrome, aber Mozilla bin ich für Stream. Aber es gibt eigentlich nur zwei. Man, wenn du benutzt Internet Explorer. Scheiß drauf. Others. Opera GX. Geht zu Others. Geht zu Others. Chat, wenn ihr Safari benutzt. Weird Champ. Wer ist der eine Guy? Introvertiert oder extrovertiert? Das kann man machen. Wie heißt das? Intro. Intro. Wer. Kann ich schreiben. Extro. Wer. I. I. Ambivalent. Ambivalent. Chat, ich bin safe introvertiert. Das ist. Ich bin. Höchst introvertiert. 87%. 87%. 19%. Wait. Es gibt mehr. Wollt mich gerade verarschen, Chat. Ist hier keiner fucking extrovertiert? Extrovertiert? Krass. Es ist so wenig extrovertierte Menschen. Welche Schule? Wollt ihr es wissen? Es gibt nur noch Gymnasium oder Gesamt. Das ist doch voll Dings da. Das ist was stupid. Hat sich doch geändert. Chat, es war noch zu meiner Zeit. Wer es nicht weiß, ich war Realschüler. Ich war nicht so schlau. Es gibt doch keine Hauptschule mehr, oder? Hä? Es gibt doch... Hä? Sag mal, gibt es noch Hauptschule? Berlin war ich das letzte... War wirklich der letzte Jahrgang, wo es noch existiert hat. Ich dachte, die haben es Deutschland weit gemacht. Ich wusste nie, dass es nur in Berlin ist. Haupt real. Elite. Five hats. 150 IQ. Albern. Ich kann nicht weiter schreiben. Einstein. Ich kann Einstein nicht schreiben. Stein. Nein. Chat, als ob ihr alle fucking Five hats seid. Real. Und Haupt zu trennen ist das dümmste ever. Weil Schule testet nicht wirklich deine Intelligenz. Haus oder Wohnung? Oh mein Gott. Rich oder nicht rich? Haus. Wohnung. Street. Okay, Chat. Ihr seid fucking rich. Könnt euch aber kein Prime-Sub für mich leisten. Wollt mich gerade verarschen? Street. 1%. Shut up. Dude, was für eine fucking Weird-Champ-Frage. Weil am Daten oder nicht? Stell ich. A good fucking question. Irgendwann, irgendwann, wenn ich jemand Fremdes Neues kennenlerne im Chat. Weil am Daten. Ja, nein. Geschwister oder Einzelkind. Oh, gute Frage. Patchwork Family Kids? Was sind Patchwork Family Kids? Patchwork ist ein Kind aus der alten Beziehung in der Neue bringen und dort bekommt das Kind eine neue Geschwister vom Storch. Ah, interesting. Aber zählt dann. Würde ich... Ja, zählt. Würde ich jetzt zählen nehmen, ja. What the fuck, Chat? Ihr habt alle Geschwister. Wie viel ist überhaupt die Statistik von Einzelkinder? Wie viele Einzel... Einzelkinder gibt es in Deutschland? In Deutschland gibt es 13 Millionen Menschen unter 17 Jahren, da sie sind Einzelkinder. 26%. Interesting. Ich dachte, Low Key mehr. Irgendwie dachte ich auch Low Key mehr. Ihr macht immer zweimal den gleichen Fehler. Am Ende interessiert es mich nicht, was für Musik ihr hört. Aber mich interessiert es, ob ihr Virgins seid. Ältere oder jüngere Geschwister. Habe ich auch gedacht, aber... Ja, das könnte man fragen. Welche sind Mittelkinder? Jüngster. Hey, safe. Same? 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 Bundy 23, Leute. Oh, Bundy 30, Leute. Bundy 36, Leute. Bundy 44, Leute. Man könnte es fragen. Es wurde schon öfters gefragt, Schlafrhythmus. To be honest, ich will es wissen, ob ihr es so broken habt, wie ich. 20 Uhr. Imagine 20 Uhr. 22 bis 24. 0 bis 2. 2 bis 4. Wann geht ihr pennen? 22 bis 24 Uhr. Guckt mal die Uhrzeit jetzt an. Ist halt Wochenende. Ja, okay, true. Okay, true. Chat, wir reden jetzt vom Wochenende, okay? Ich wäre bei 4+. Okay, wir machen... Ich glaube, wir machen jetzt nur noch eine Frage, ne? Es wird langsam auch genug, ne? Beim Kuscheln Big oder Small Spoon? Das Ding ist... Chat ist das... Und... Das. Die haben keine Ahnung. Es geht nicht. Es ist eine Frage, die man halt nicht beantworten kann. Noch mehr Salz in die Runde. Hä, 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 hä. Oh. Eigentlich... Vater... Äh... Mama... No one... Äh, such... Both. Yep. What the fuck? Vater, sagt ja echt keiner. Vater ist doch ein Both. Wait! Oh, yeah. Okay, ja, ja, ja. True, 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 true. Ist ja auch drin. Nur Vater ist echt selten. Aber... Chat, ich bin froh, dass die meisten, äh, von ihren Eltern gelebt werden. Äh, die anderen 29% mit mir. Äh, I'm sorry. Opfer häuslicher Gewalt. Ja, dude. Äh, wollen wir erstmal ein paar Kindheitstraumen rauspacken. Ihr seid, äh, jung. Ihr seid 13 bis 16 Jahre alt. Die meisten sind männlich. Die meisten sind halt weiß. Dann kommt Asians. Asians überrascht mich übel. Asians überrascht mich übel, dass ihr so viele Asians seid. Welcher Stadtteil? Die meisten kommen von Süden. Einer ist religiös. Äh, fucking Null ist Zeugen Jehovas. Die meisten sind hetero. Die meisten sind small. Jeder ist ein weeb fast. Lieblings Game Genre. Zoomer Genre. FPS. Aber ist eigentlich auch mein Lieblings Genre, bin ich ehrlich. A virgin. Äh, 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 no profession. Jeder ist Schüler. Äh, Hund oder Katze. Katze ist 2B-Horns für die langweilige Frage. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Browser. Jeder benutzt Chrome. Beziehungsstatus. Äh, jeder... 2B-Horns ist 91... 81%. Ne, 91% Single. Jeder ist fucking introvertiert. Extrovertiert. Das finde ich so krass. Keiner von euch ist extrovertiert. Das ist so hart. Es ist so wenig. Die meisten sind 50 bis 60 Kilo. Äh, Schulart. Jeder ist ein fucking Five Hat. Äh, ich glaube, das ist eine fucking Lüge. Wohnart. Jeder ist rich. Mehr als die Hälfte meines Chats ist rich as fuck. Geschwister. Wow, das ist krass. Welches Kind seid ihr? Äh, die meisten sind auch die Jüngsten. Äh, Wannik ihr die pennen? Wo bin ich? 4 plus 18%. Äh, welche Eltern habt ihr schon mal? Ich liebe dich gesagt. Äh, die meisten haben eigentlich... Die meisten kommen von der Mom. Äh, ja. Also both. Aber insgesamt eigentlich weiblich am meisten. Und Fave, Elten, Tyler ist halt auch die Mom. Interesting. Äh, erstmal an Facebook verkaufen. Das war's mit dem Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bye-bye, YouTube. Bye-bye, 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 bye-bye. Gib ein Like. Lass ein Abo da. Äh, check meine Streams aus. Yeah, folgt mir auf Socials. Wie immer. Bye-bye. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dusch. Tschüss어나ai. Trade